Was geht meine Freunde, willkommen zu Secret of Mana 2 und... Ah, hier geht's weiter. No, weiter geht's. Ah! Hey, du, stopp! Ich kann nicht näher, oder das Mädchen ist tot! Pfeil. Oh! Hahaha, ich sehe, du hast Besuch, bis zum nächsten Mal! Raffi! Ich bin froh, dich zu sehen! Wie geht das, Jessica? Sie ist bewusstlos. Sie ist bewusstlos, aber die Halskette ist weg, also können sie wieder zu sich kommen. Die nächste Stadt ist die. Ich bringe Jessica dahin, kümmert ihr euch um Pio. Ja, guck mal, jetzt kann die auf einmal so perfekt laufen. Täuscht vor wie Rainer. Die Energie des Feuermahnersteines! Jetzt ist sie frei! Schade, dass ich Jessicas Seele nicht dazu benutzen konnte. Also musste ich Pilz und Benz nehmen. Aber ihre Opfer werden nicht umsonst sein. Mein Meister, mein dunkler Prinz, das eilige Land ist unser... Die Energie des Feuermahnersteines wurde entfesselt. Megua versucht auch das eilige Land zu betreten. Genau wie Walder. Jeder will das Mana-Schwert in seinen Händen halten. Wenn das Schwert in die falschen Hände gelangt wäre, das ist eine weltweite Katastrophe. Das können wir nicht zulassen. Wir müssen uns behalten und die restlichen Geister finden. Genau, dieses Vibe wird für das bezahlen, was sie meinem Mahnestein angetan hat. Du scheinst stinksauer darüber zu sein. Genau, man kann sagen, ich koche vor Wut. Alter, hast du dich entschieden uns zu helfen, danke. Ich werde euch helfen. Oh, da ist wirklich aggressiv drauf, Alter. Dötelet, dedelet, 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 wers би yo... Komm, 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 was bringt das dir? Was bringt das dir? Kannste doch eh nicht. So, da haben wir den Malerstein. Es gibt nur noch zwei. Warte, hier können wir schön speichern. Ja, immer speichern. So, Part vorbei, tschüss. Aber in zwei Minuten erreichen wir die acht Stunden Spielzeit schon. Ja, ist lecker. Heißt, ihr habt was Tolles zum Schauen? Achtstunden Part. Och Mann, scheiße, sorry. Es tut mir leid, mein Kleiner. Warm auf die Schnauze kommen. Man kann das Kampf eigentlich nicht ernst nehmen mit der Musik. Lol. Ne, kann man auch nicht. Ah ne, das war gefangen. Mann. Warte, ich kann mich umgeben. Ihr seid auch die zwei Schnelleren, ne? Ihr greift schneller an als ich, aber ich mach dafür mehr Schaden. Ach. Ach, da können wir jetzt immer noch nicht rein, okay. Jetzt ist er wieder ganz zurück, oder was? Ja. Okay. Warte, wir können nach Navarre gehen jetzt. Ah, ich gebe den einen auf die Fresse. Ah, voll auf die Fresse. Mann! Was ist das denn hier? Schon wieder dieses kack-gefangen-Ding. Ich will nicht rum. Warum? Da, guck, easy. Genau, wir müssen jetzt, glaube ich, nach Navarre. Ich hoffe es mal. Wer ist das? Hier. Oder geht es immer noch nicht? Nö. Okay. Ja, dann müssen wir einfach nur ganz easy zurück. Kann sich ja dabei ein bisschen leveln. Nö, müssen wir gar nicht. Das ist ein Eno-Level 17. Ja, und? Der Punkt ist ein Punkt, der sch... Ach ja, ist so schön. Es ist 20.12 Uhr. Vielleicht ist 20.15 Uhr und dann kommt es wieder. Keine Ahnung. Ja, heute ist Dienstag. Stimmt. Ja, heute kommen die Simpsons wieder. Die Simpsons... Na, komm. Was sagst du dazu? Das kam schon bei den Simpsons. Hm. So, dann haben wir den nächsten Typen freigeschaltet, ne? Ja, keine Ahnung muss ich. Ja, wir haben nur noch zwei Gebiete. Danach weiß ich gar nicht mehr, ob da jetzt... Da musste... Ich war, glaube ich, beim letzten Mal an der Stand und da wusste ich nicht mehr weiter. Müsste kurz vorm Ende dann gewesen sein. The Last Mana Stone. Alter. Ja, wo ist denn hier der Strand? Es gibt keinen. Willst du mich verarschen? Vielleicht müssen wir ja innen drin sein. Die sind ja außen rum. Aber vielleicht gehen wir auch zu diesem Gebiet hier. Ja, da, da, da ist der Strand sofort. Wir müssen uns links halten. Zu links. Aber ne, wahrscheinlich wird's eh nix. Ich bin Pflanze, siehste. Ja, es gibt nur noch einen Ort. Junge, hör doch auf, Mann. Ist doch der letzte... Es gibt nur noch einen Ort. Kanacken-Musik. Hier ist Musik, ey. Wieso? So schön. So chillig, ne? Ist das der richtige Ort? Ist das der richtige Ort? Ist er jetzt hier richtig? Hey, hier ist... ne, hier waren wir schon mal. Ja, erinnerst du dich noch? Das ist Maja. Da kommt das Video wieder. Uh, die Schicksale. Uh, was ... they don't understand what the shit is. turned out of this place. By the way. geht doch ja das ist glaube ich deine heimat wie zumindest so aus ich wohne ein dorf guck mal da ist dein hund kannst du mal mitkommen garantiert nicht so jawohl 0 das ist deins glaube ich so jetzt kommen auch nach waffen silberklinge hat man die nicht schon mal nein es doch die ist sogar noch besser aber guck mal wie teuer die sind ich glaube das ist für dich besser so jetzt rüst mal ist das maus so wie das bessere schwert das passt dann hast du ja die bessere waffe und er hat da müssen wir erstmal was verkaufen und dann holen wir für ihn auch noch die bessere waffe ich weiß nicht ob das jetzt schon reicht glaube schon oder müsste für ihn reichen gar oder genau so da habe ich haben wir jetzt alles ist der noch ausgerüstet werden und dann verkaufen von denen jetzt auch alles auch alles perfekt was ist denn bei dir so dann haben wir eigentlich unsere perfekte ausrüstung bis jetzt ja meinst bestimmt wenn dein zimmer zu unstabil wird das was ja wir können speichern aber ich habe jetzt gleich so wieso ist das verschwendung ich habe 26 mp und ich kann sonst keine magie machen du bist so blöd das ist doch keine verschwendung so dann würde ich sagen das war das mal für diesen part genau tschüss da 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 Vielen Dank.